Servus. Willkommen zu einer neuen Folge von Joday. Heute Nacht ist angesagt. Ich glaube in der Tagschule 83 habe ich ein bisschen gehause. Ich habe nur ein und ein Mal den Schmatz gesammelt. Dabei ist das da rumgekommen. Fast alles. Ich habe den Denk. Ich habe den Essen. Ich habe den Klebstoff. Und ich bin für den Händler. Und jetzt springen wir zur heute Nacht. So, wir haben noch eine gute Änderung seit der Weltnacht. Das da bin ich mitgenommen. Benzin, Generator, Essen, Belegung und auch diese Beteiligender. Die will ich mal ausprobieren. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist so gut wie eine gute Reihe. Das ist so gut entgegen. Und der andere in der Mitte ist so gut. Das ist so gut in der Mitte. Und der andere in der Mitte ist so gut. Und ich habe die Idee mit einer Sitzung im Sand. Das ist so gut, dass ich nicht mehr ausprobieren. Das sagt mir, die Geburt. Aber die Sitzung im Sand. Und das hat die, das die Oberste und die Castle. Oh, das ist ein bisschen zu machen. Da wird auch beide mit Kurreda um die Hautefalle drumherum probiert für den Notfall. Die Sachen wird jetzt erst kurz vor Ort noch eingehen, das ist ja nichts zu spenden. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Urgebau 150 hoch, die ja zum Barschloß. So, gleich ist es soweit. Ich habe die Schreie erinnert, ein Inhalte von einer Masken gewährt bekommen. Ich bin so gespannt, dass ich dieses Mal habe, habe ich dieses Mal belebt. So, ich bin so gespannt. 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 Oh Gott. Es war noch eine Künstler im Herzen. Ich habe das jetzt schon wieder einen Künstler im Herzen. Oh cool Oh cool Oh cool Oh cool No Oh Oh Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 ... ... ... ... ... ... Und das wird blieben, da ist. Ok. Da ist es, da bin ich da rein. So. Ja gut, wir müssen, da ist auch einer raus. Also, im Büro ein ganz kleiner Feuerfolg und ich glaube es wäre so, wie es hier bei der Folge war. Eine Folge heute Nacht, also ohne Vorbereitung, ich glaube das ist besser. So, also dann zu dir, ich zeige euch dann in der Anfang der nächsten Folge, es hat mir dir Spaß gemacht, ich wollte das besonders erleben und mir hat auch einige, es ist auch über den Kosten gekommen. Also, ein voller Falk hat mir Spaß gemacht, wie dann eben gesagt. Mit diesen Worten würden wir die Unis-Mitte abschließen. Und dann bleibt gesinnt. Dann klopfen wir uns auf. So, bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal.